Hallo und Willkommen! Licht aus, Film ab! Licht aus, Film ab! Achso, ich muss jetzt erst mal klären, warum ich die sessliche Aufmerksamkeit habe. Weg los! Das ist jetzt ein quadratisches Video. Sie wollen eine spannende Geschichte hören. Nein, lass mal. Die interessante Geschichte ist da drüben, was die da verzapfen, die haben eigentlich keinen Supporter, beziehungsweise irgendwas ganz komisches. Ja, noch kein Support. Oh, wir haben Leona! Wir werden sehen, ob ich so eine große Hilfe bin. Ich glaube, Leona kann man nicht mal so krass top-spielen als Solothar, weil die einfach mal keinen Schaden macht. Jo. Die muss, glaube ich, supporten. Jo, wir haben mal eine Jungle, Leona, gesehen. Aber die war auch relativ langsam. Ähm, wollen wir uns nicht irgendwie erst mal vorstellen, wie du es sonst wieder braucht wirst? Hallo, ich bin Benni. Nein, scheiß drauf. Einfach die Klappe. Wie ist der Penner, der sich da gerade gemeldet hat? Das ist der Nocturne hier in der Mitte. Ja, doch mal hallo. Hallo. Ich bin der Matze. Bin ich jetzt im Fernsehen. Stark. Du hast der Jacksemus, fällt mir jetzt erst auf. Warte mal, treib mal deinen Hamster ein bisschen an. Ja. Bitte. Sag ich immer noch das Kanickel? Nein, das Kanickel ist schon jahrelang weg. Das ist schon lange gegessen. Oh, schade. Ich fand die auch toll. Die sind bestimmt noch übrig. Ich darf sie haben. Nein. Schade. Es war Hasenfote, wa? Die Glückwunsch. Ach, scheiße. Tja, hättest du ihn doch nicht gleich essen sollen. Ja. Alter. Hättest du so wie Obelix mit den Wildschweinen machen? Ja, genau. Sein Hamster ist gerade auf 95% stinken geblieben und ist dann noch mal hochgekommen. Hättest du auch gesprintet? Jetzt hat er wieder eine Dreiviertelstunde Pause, bis wir verloren haben. Äh. Wir verloren haben? Nein, mit der zu. Ich kaufe einfach mal so, wie ich mit Chen kaufen würde. Oh, wie ist die Auflösung gerade noch schlechter geworden? Also die Karte unten ist verschwunden. Äh. Irgendwie so. Schon wieder das Aufwand? Oh Gott. Was spielst du denn Nocturn oder was? Was? Warum Schuhe? Warum Schuhe? Äh. Besser Gänken und so. Pfff. Kauf dir denn Schuhe. Aber du kannst, wenn du eine Stoffrüstung kaufst, kannst du Feuerwölfe machen und danach den da. Kann auch so die Wölfe schuhe. Ja. Stops dabei fast. War ne. 3 Heifahrt, ey. Wir sehen wie noch was anderes kaufen sollen. Mundo Glauben. Ach, das ist so schön. Also nach den Wölfen wollte ich noch der Fallbeleben und wenn sie mir gut den Blutpult fallen, dann ist alles super. Dann musst du erst nach dem Blut weg. Nein, dann kann ich noch die Geister machen und danach haben wir die Wölfe. Das ist total toll. Da war wer. Ich hab's genau gesehen. Man kommt normalerweise mit den Jungler. Ich hab's genau gesehen. Mit den Jungler. Die Jungler kommt normalerweise einmal durch und machst danach noch Ewigkeiten Wölf und Gast. Hallo Freunde. Hallo Zyra. Zyra ist Support. Oh Gott, ich hätte ich doch ganz normale kaufen sollen, statt hier irgendwelche Krüppelkacke probieren. Ich glaub ich fang doch lieber mit Blue an zu wissen. Hallo. Oh, da sind zwei. Miss Fortune und Zyra. Hallo. Epic-Kombo, ey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich will gucken, ich will gucken, ich will gucken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh wenn er spielt auf den und er hat dann als erstes gespielt und dem Weg als eine Frage ich glaube es öfter die als der Sprache ja außer dem Zeitpunkt für es nicht als 1 er hatte ich genau das was du meinst der Erfolge fehlt was zu fehlten Max er macht hat sie macht mächtig Mist aber wie geht die die er stresst er stresst extrem höhe vom Möbel das ist eine Wahrscheinlichkeit dass die das die Victor und Syrah spielen meine Victor sieht man auch schon kaum und dann pickt ihr auch noch Syrah und und missbraucht sowas für ein Support ich hätte gern mal wie Freak im Spotlight gegen Sven verkackt er ging gegen Victor verkackt als Syrah aber ich bin geherrscht mit dem Ort nein er hat zurückgeherrscht ich verstehe gar nicht warum so wenig Victor spielen das ist so toll so ich muss ein bisschen episch ane er kann man sein gewinnt gewesen sein soll auch was er die er die Animation ist extrem bei auch bisschen volle Möhre das ist eine Möhre. Ach, den Rett schaffe ich bestimmt. He, volle Möhre. Naja, wenn du jetzt exekutierst wirst, dann kriegst du aber ihn aufm Eumel. Hm. Das hört man über ab. Ach, die haben ja immer Hallen, als ich vergessen habe. Aua. Das war knapp. Schon wieder was auf was? Das eine S bedeutet übrigens zwei S. Hallo, du warst weg. Warum schreibst du dann nur eine? Ne, ich hab ein Makro dafür und der funzt immer nicht. Okay. Dann muss ich mich nur auf ne Taste drücken und dann schreib ich erst erst. Theoretisch dauert es immer ein bisschen bis das... Warte mal, ich kann es ja mal ein bisschen öfter benutzen. Naja, funktioniert immer noch nicht. He, ein extra Lasten Fumaßen. Doch nicht. Schade. Hohoho. Sieh, jetzt funktioniert es. Aber jetzt übrigens Re. Nichts mehr, jetzt. Wie, verändert es die Welt! Also wenn wir jetzt ein Random hätten, dann würde es uns jetzt freuen. Ja. Okay, cool, kann ich dir noch verwechseln, da ist das so süß! Ey, der Warwick hat richtig schön zugeguckt. Tja, Victor gegen Vega, ob das im Early der... Ja, das läuft so wie ich es mir vorgestellt habe. Das wird schon noch. So der Burner ist? Es wird schon noch. Ich rieche den Tod! Ja, der heal! Der hat uns mehr oder minder! Ist der abgeschmiert? Hä? Das ist schon schlimm, wenn Leute nicht auf ihre eigenen Namen reagieren, ey! Ach so! Die Leute, du heißt doch Paul, oder? Ja, ich war vielleicht hier zieht, weil ich vorhin auch über einen anderen Paul gesprochen habe. Ach so, deswegen dachte ich, du meinst jetzt irgendein anderer? Nee, nee, sind weg! Wir müssen diese Vorstellung wirklich am Anfang fortführen. Sein weiß immer gleich, wer hier noch drin ist. Ja, nicht meinte, oh, wie es denn da oben läuft. Das war noch die Interesse. Gut, also schön ausgeklärt. Okay, das ist der BAFIX. Also jetzt nicht mehr. Ah, doch nicht gern. Ich hätte gern noch Blitzen. Hey, was überlebt? Die Wunder vor. Ich hab mitbekommen, dass ich noch Blitzen hatte. Boah! Das ist jetzt wahrzunehmen, das Ding. Ah, es ist nur ein Gott. Okay, der in Wahrheit ist der in Gang verschwunden. Da ist ein Wort drin. Also sind Sahn. Ich werde eure Seele verschlingen. Ich werde eure Seele verschlingen, du sagst. Ich werde eure Seele verschlingen. Schiff Briggs Rücktritt 1 1 Dank das gibt auch noch ein das hat auch noch ich habe geworfen und das war so zentwickelt nur noch zwei drei Sekunden könnte ich dir was für es war der Kölner machen und er macht die Zeit und vermitteln ja ich hab keine Vorsicht, da steht übrigens Wawik über dem Busch Oh, danke für den Hinweis Gleich werde dir leiden! Aber deshalb ist CV gut Genau Damit hat sie mich den Hinweis, dass da was steht, was er gerade aufgedeckt hat Na ja, ist immerhin was, ne? Die sollten mal einschauen, dass man unendlich weit raussuchen kann bei LOL Unendlich, zack Klick einfach, guck einfach auf die Mini-Net Nee, das ist zu blöd Die würde ich dann ausmachen, Uwe, ich dachte, du machst jetzt gleich Jetzt kann ich hier die ganze Zeit im Moment her Ich hab's dann noch nicht Oh, bumm! Oh, zwei Lastes Jetzt mal recht im Blut Ah, ich seh Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein kleiner Witz Darf ich mir denn mit dem Lücken? Oh, bisschen rauskommen, ich hab Öl, die wir können voll außen Außen Action machen Aber auch nicht Richtig aus dem Action machen Verdammt Habt ihr uns gesehen? Ja, oh, danke Okay Der W war zu unnötig Ja, ich muss mir erstmal die kleinen So, du die jetzt auch mit kaputt auf Na, die wollte ich ja kaputt auf mit meinem Co, aber Ich kam nicht ran Schon wieder das auch Ja, und ähm Ich hier den Er hat den nicht getroffen, weil er so fett ist verblüht Ja, ich hab's auch nicht Ah, ich fass es nicht Ich bin so ein Jod Hab hier ein S- Okay, ein S-Rey Ich rieche den Tod Ich rieche den Tod Ja, der hat mir nicht so krass meiner Probleme, kann das sagen? Nö Hätt sich in den Arm ganz Jetzt ist sie da drüben Kann die Angst in eurem Herzen sehen? Hallo Freund Da bin ich wieder. Wo ist denn der Warwick? Sieht denn irgendwer an hier, ne? Ja, auch mal das Essen. Ja. Was macht der denn? Sie haben sie Eier abgefallen, der Harris nicht mehr. Oh, nein! Das ist neu. Sorry, Mann. Oh, ich muss den First-Skill. Fail! Paul, ich mach Wo. Okay, ja, und dann Level 6 und dann komm ich hoch. Ja. Dann, Paki. Ich hab so Failed, Alter. Tut mir leid aus. Hey, das ist fast synchron, glaub ich. Ein Gang wäre ganz gut, er hat noch Hard-Life auch, aber er kann sich besser heilen. Ja, ja, ja. Ich hab ja 4. 4. Hat er geboren? Ich glaube nicht. So, auch, ja, also. So, wie hat das auch schon? Gut, aber auch mit hinterherrennen, dann passt es schon. Machen wir ihn? Der Klammer wurde. Das wäre nicht hergekommen. Oder auch nicht. Viel Spaß! Ah, nein! Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Äh, nach Einschätzung des Statusberichtes, äh, ja. Mein Wort, er hat noch 30 Sekunden, muss man den Worte entschärfen. Naja, er muss weggehen, das ist auch heißen. Oh, weg, ich bin einfach mal so, so, Mages find, ey. 3. Carries auch, aber Mages auch. Ich geh auch mal weg. Liste, ich hab's euch prophezeit, der hat sich in Dorans Ring nach seinen Schuhen gekauft. Hm. So, ja. Naja, es hat ja den Vorteil, dann hast du Potz, wenn du die Schuhe kaufst, nicht? Das, ja, das ist wirklich ein Vorteil, aber ich meine, komm schon, das machen sie nur, weil sie erst alle angefangen haben mit Schuhe zu spielen, haben sie gesehen, oh man hat Potz, das mach ich mal auch, aber Mana will ich trotzdem, also brauch ich mir den... Äh. Pfff. Ähm, Dingens... Johnny, du hast doch gar nicht erklärt, warum die auch so schlecht ist, oder? Ich hab ja gesagt, er soll die Geschichte erzählen, aber er wollte nicht. Ja, es ist so eine blöde, langweilige Geschichte. Ich hab einfach mal einen anderen, nennen wir, einen anderen Monitor. Schlechteren Monitor. Pfff. Schon wieder das Opfer? Auch, komm doch, ich komm nicht hinterher. Wir haben unterschiedlich ab morgen gekauft, ey. Scheiße. Der mich, Mann. Das war awesome. Mal so. Ach, 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 ach ja. Ich hab mich auch unter und nicht recht. Hör aufzulachen. Ach, 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 ach. Weißt du eigentlich jetzt so zu suchen, Benni? Äh, der Ding kommt runter. Der Dings? Hm, der Dings kommt runter. Hallo Dings. Ah, der kommt dann. Und, hm. Dafür bist du runtergekommen. Ja, ich wollte Hallo sagen. Und Spaß. Wundervoll. Ja. 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 Na ja, komm mir so ein bisschen. Vorsicht, da ist die Oma. Die Oma! Die Oma! Ha, 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 ha. Was macht der denn? Was macht der denn? Ach, der hat Wortsfleisch geputzt. Hä, der, der hat die blaue Verstärkung gebaut. Ich hab noch nie einen Victor mit blau gesehen. Die blaue ist das mit dem, ist das nur mit dem Gravitationsfeld, ne? Ja. Das ist ja spannend. Was macht denn das blaue? Ja, das macht, ähm, dass man das Gravitationsfeld weiter wegsetzen kann. Und, äh, ja, halt so die Standardsachen wie mich töten. Oh, der Schild. Komm, du stirbst jetzt noch. Oh, ist doch nicht dein. Er ist selber noch drüben, der Sack. Hast du es nicht. Nein, Benni, ha, 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 ha. Mann, du. Mach's denn anders mit Fies zu mir. sind nicht fies zu dir, wir versuchen dich zu beschützen. Der Warwick macht dich bloß wieder klar. Ich hatte wenig Leben. Ja und? Das ist ein Warwick. Komm schon. Hallo Syrah. Aua. Magie! Sie ruft nach mir! Heiliges Leben, mein Freund. Heiliges Leben. Oh. 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 Hey, Popo? Was? Oh, ich gebe viele, ermüden mich! Äh, Johnny, ich mach Wölfe und dann kriegst du Bluer. Okay, nein. Nein, nicht. Ich bin gar 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 nicht. Gib jetzt auf! Hm. Was war was für den Abwarten? Oh. Mann, mein Geldschein, ich hab, was ich dachte so, hm, den Gäste auf Team Fortune. Vollgeile Idee. Und in dem Moment, wo ich das Ding auswerfen, kommt der Vorweg um die Ecke gebogen. Okay, danke. Oh, Scheiße. Oh. Bin ich ausgeflasht. Dann, Matt, save the first, all das safety first. Ich versuche mir jetzt auch mal anzugewöhnen, wenn ich nicht, wenn ich jungler bin und mal andere zack, zu achten, dass ich den nicht mehr hätte, soweit unter fünf, also 500 Demo. Ja, das hat. Ja, wurde gerade, was kann ich sagen, dass man kurz, München weg. Ne, geh ich mal, er wieder hochgängig, ja. 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 Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nie. Ich bin Orson Support Leona. Kann gar nicht sterben. Das haut gerade ab, also... Ab hier in Rea, also. Ja, ist hier da. Gibt einfach Dinge, die gehen nicht. Zum Beispiel Support Leona, die stirbt. Das funktioniert einfach nicht. Was übrigens sogar mehr Last ist, als die Fortune, ist voll awesome. Und ich hab mehr Last ist, als deren Supporter. Geh voll raus. Oh, ist nicht dein Ernst. Nein, das ist die Oma. Alter, die Ult ist noch geflogen. Weiß war nicht wohin, aber sie sind viel zu ihm geflogen. Besitzter noch irgendwer. Die haben Miss übrigens. Ne, die haben Bluberstuhl gemacht, die. Ist ja erstaunt. Ne, die hat er bekommen. Bromio, Oma. Die Oma hat den Armdoktern geholtet. Oh, sie so schlimm. Der Verträgte. Ja, von Ende der Mordbruch. Komm mal in den Trauer. Über den Trauer? Wenn du mir es den Krieg noch lässt? Alles gehen, mein Frau. Ja, aber noch gelassen. Ja, ich wollte mit dem Spell machen und ich hatte die CD drauf. Das dauert mal. Das ist wundervoll,ER alt. Ich will es nur sagen. Ah, das kommt ja nicht mehr. Ich will es immer alle mit dem Spell machen. Ich hatte gerade voll Lust, weil die sah irgendwie so lecker aus. Weißt du? Seit wann sieht die als Reporter oder die war's lecker aus? Naja, die sieht lecker aus, weil Marcel das dann tönen kann. Ja, na rein freut sich doch auch immer, wenn irgendwas engagieren kann. Also ich jedenfalls. Ja, gut, ich auch. Kochen die noch in dem Boot drin da? In dem Boot. Säcke, hab mir Schweinebacken. Ich hab schon wieder, den ich leben. Äh, so sehen. Apple. Haha. Geh. Geh, Mann. Steh, geh. Oh! Hätte ich jetzt gewusst, dass ich Schaden mache, hätte ich was anderes hinterher gemacht. Ignite oder so. Ist er fast wieder ver- ver- äh, gebackt oder wie? Ne, er war back, glaube ich. Naja, muss da ja auch. Oh, ich bin zu blöd und mein Catch-Setser hat auch dafür immer ab. Ich werde eure Seelen beschlingen. Ah, nein, sie gängten mich. Du, hier, das ist so, dass ich am Vorstehen. Ah, das hätte man riechen können. Sorry, es war nicht so böse gemeint, wie es klang. Äh, ich würde es nicht probieren. Nein, sie, unten. Guck mal, da ist Victor. Ja, der hat aber kein Leben, äh, der hat noch Leben, aber der macht Schaden. Und Schaden ist nicht gesund für kleines Nocturne. Kleines Nocturne ist da. Kleines Nocturne hat weniger Leben als ich. Ach, kleinen Victor. Ich mag mal kurz vorgehen. Ja, ich soll nicht, ich soll nicht helfen, ich gehe nicht mehr. Ich komme, aber es ist ein Penny. Alter, 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 Alter. Wir haben die Brüche benötigen, ne? Das war ein Pick. Da sind wir, ne? Ja, Max und Scherfen hat Gott eingestellt. Victor steht aber hier. Victor steht da, Mann. Jetzt will ich schon nach dem Gegenteon. hier ein Wort nicht sterben bevor ich da bin und nicht töten bevor ich da bin ist viel wichtiger blöder Mist zu schlecht Aaaaaaah um die mitte Pflanze! Nein! Höh? 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 Guck mal da ist ne Pflanze! Ist eingegangen! Guck mal da ist eingegangen, da war es in der Tat blöd! Ich hätte mich gefehlt, ich hätte dich beschützen sollen Das ist nur eine kurze Strecke! Das ist so schlimm, ich habe zwei Kills gemacht Äh? Sinnlos Minions Autor-Hitten da stehe ich drauf Der Letzte was lustig ist Das füns ich doch auf Tower aber es stammt ihnen gar nicht Aber ich weiß nicht, dass er dann wird los Aber es wäre auch außer wenn das in Tower stunden würde man Ja, voll geile Sachen machen, wie den Tower-Hit unterbrechen, der mir vorbeischauen wurde. Kannst du mal kurz bitte vorbeischauen, Benni? Kannst du mal hier? Nö, schade. Endlich gerne vorbeischauen. Na, weil da Creeps sind, die für dich kostenlassen. Na, weil da Creeps sind, die für dich kostenlassen. Das ist grad ein bisschen doof hier. Der Nasus belagert mich ziemlich. Na ja. Steht's nach oben, endlich. 145 zu... Oho. So, wieder das Opfer? Okay. Geh mal hoch. Geh mal lieber hoch. Muss ich jetzt nicht. Mann, ist doch schrecklich. Das ist sogar was eigentlich. Ja. Ist auch Level 14. Ich glaub ich muss gleich gehen, um Benni zu rappen. Ich brauch noch ein Wort. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Lauf nach rechts. Ein Wort hinstellen, danach können wir auch aus dem Action machen, ja? Weich werdet ihr leiden! Wir bemen die volle Möhre. Nein, der lebt noch. Böse. Oh, er fällt mir. Äh, vorsichtig, das Wort, ich komm auch rüber. Okay. Komm alle. Ich komm auch mal. Stopp, ab jetzt hab ich keine Luft mehr. Äh, Lust mehr. Luft? Ich hab eben den eh wieder mit, äh, mit Mana befüllt bekommen, dass ich ihn hätte nutzen können, aber... Naja, zu spät. Marcel, push den Tower. Ja, ich brauche noch 100 Gold, ich brauche noch 100 Gold. Ich brauche noch 100 Gold. Mach den Tower, ich brauche Gold. Hallo, Freund Victor. Äh, kannst du mir um meinem Tower kurz helfen? Ich hab's schon fast weg. Fortune kommt, ja. Ich hab 3K Gold, ich bin langsam weg. Ja, gern. Marcel? W карter. Das ist was Herr. Oh, ich hab ihn. Der Nasos? Ich hab ihn! Ich hab ihn. Ich hab ihn mir gelesen! Ich hab ihn. Ihr glaubst du dir zufüßen. Oh, okay. Ich hab ihn mir gelesen. Du hast du. Okay. Ich hab' ihn. Oh, das ist schon mal. bleibt ein paar Arten schön kaufen ich das ganze seltsam ist blau der Zweikartner in Bluwein was war alles blaufe Fetisch ist der Fekte dass er die was sei da er war kaufen da kaufte doch zum Beispiel in die Jumos Regen Kupf als Jumos oder Maas oder ein Brosthammer ein Gegner wurde getötet oder erst mal Schuhe zu Ende ich will jetzt wo ich muss noch wegrennen, dann bin ich froh ich komme Marse ich werde die Oma töten ich werde die Oma töten, ich werde die Oma töten, ich werde die Oma töten ich will auch die Oma töten Oh, ist nicht dein Ernst, das ist nicht mein Ernst Du hast das Ding gekriegt, du hast heute schon 3 oder 4 Kills mit Yana bekommen das ist ganz einfach, ich sag dir, wie das funktioniert bei Yana ist es so, ich versuche ihn hochzuhören in dem Moment um 40 irgendwoher irgendeinen Burst und dann ist er plötzlich tot und so, ich mach den Schild anspringen rein warte denn wisst ja, Lo, dann explodiert er sich nicht ich kann es nicht mal teilen das ist mir so leid, bitte zu verzeihen HW da, komm gleich, komm gleich, komm gleich Ja, der macht mich noch, ist klar Ja, das ist eklig Das ist so tot Alter, du bist schon tot Alter, du bist schon tot Du bist so tot Weil, du bist? Sie und versucht dir zu helfen Nein, er meint, er gerade gestorben ist Nee, ich meine gerade Benni, der ist so gut Was sagst du zu mir? Aha Danke Ich vermöbel dich BOOM Unvermeidlich Oh, der Nasus Mann, der rapet uns im Late Game ich seh's jetzt schon Oh ja Wir voll in den Mid Tower Ah, wir kriegen einen Drachen Sind so tot im Late Game Der Nasus ist so heftig Der ist so heftig Was hat er denn? Alter, du brauchst einen Tree Force und seinen Schaden gesehen Auf dich Das auf mich ging Aber er kann sein sein Koenig benutzt, also Komm, Ficka, Alter, komm Boah Boah Du bist du da so dem nicht rum Jo, ah Welcome Hey, warum hat er Danke geschrieben? Weil wir ihm den Drachen gemacht haben Sie ruft nach mir Achso Also er ist gerade recht Sie ruft nach mir Sie ruft nach mir Alter Hörst du auf? Hört die Beute auf? Hallo Sehr geil gemacht Ich wollte euch den Blut machen Paul Wumachen Du bist gemeint Meine Creeps Vega Brauchst Decks Kennst du das Phänomen? Das ist das gleiche Phänomen in AD, was sich da oben grad tötet Ja Oh, ich mach das, dass es auf AD irgendwie heavy ist Na Peh auch Auf AD ist es auch heavy, aber auf AD ist irgendwie heavier Ja, ist halt drauf Na Peh ist halt was anderes Er legt alle hochgehen auf Nasus und den Hauen Äh, guck mal, da ist die Oma Oh, da muss man mal kurz warten mit dem, äh mit dem Click and point Point and click Hat auch funktioniert Da kommt Nasus Ja, dann haben wir mehr Stunt, aber Warum stehe ich ja nicht vorne? Das ist doch nicht Boah Das ist doch nicht Na co Das ist doch auf AD-Cannon Das muss ich mal ausprobieren das ist er wird es ersetzt die Dinger am 1 also die die Mensch die Merkmann weil er setzt immer ich bin immer sofort gestanden naja das hat die geistige Städte team das ist klar weil gleich mal den Schaden von ihm haben eine Flickerswieso nicht so doll naja kommen was was bekommst du durch den roten dazu kommt ein bisschen mehr AP kristig oder so ist early AP und du kriegst Prozent die 30 Prozent der Mensch auf den Laser ist schon ein wie wieder der dort oder was ja tickt er nicht wo wonach skaliert er oder ist er fest es ist 30 Prozent der Mensch und Leder noch mal drauf ach so das wusste ich auch nicht also er macht dann praktisch 130 Prozent Schaden logischerweise also ich finde das schon ziemlich geil vor allem mit der Wutung jetzt aufgrund weil die Karte hat er ist dass ich doch erzählen auch so eine Geschichte die hört man jedes Mal er wollte ich gerade sagen ich bin doch ein so einer der Zieter die Geschichte auch gern also erler von aus dem Buchstaben ich glaube als allererstes den Lerni aber auch 3 3 3 3 den 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 roten rechten und halt irgendwann so nach Bedarf dann komme ich mir nicht mehr ich wollte ein Pion Borgel ja und das Ding ist ich verlasse mich darauf dass meine Teammitglieder mit der die die nicht denken dann bin ich voller Arsch und wann kannst du mich dann vergessen mach dich weg aber Wir haben nicht hier einen, aber ich mache ihn nicht. Ey, ich habe die Hulti abgebrochen. Ich rieche den Tore. Oh, ist ich awesome? Oh, scheiße. Was tust du? Suicide Nocturne. Dir ist noch nicht aufgefallen, dass du Schaden kaufst und nichts aushältst, oder? Ja. Aber ich bin genauso geil in seinen Laser reingerannt, weil ich dachte, hey, vielleicht kann ich ja noch was cagen. Ja, ich dachte auch, ne, ich meine, die steht doch beide da, ihr macht noch Schaden. Naja. Wir haben große Probleme. Noch nicht. Noch nicht ganz. Ich glaube, ich sollte wirklich mal einen Spotspummer kaufen. Na, ich muss mal in der Weg gehen. Das ist das Problem. Was? Aber wir haben Nocturne Nocturne, dass wir da sind. Du bist jetzt erst wieder da. 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 Ja, als Level 12 komm. Pfff. Oh, geil. Ich bin auch nicht mit Nullfurt. Ja, und was macht Benni falsch? Pfff. Das heißt, die Gangs waren erfolglos und hättest du davon bekommen. Versuch mal ein bisschen zu der Willen erstmal. Wir brauchen nicht auf halbwegs hohen Level und dann kauf mal ein bisschen auf Tanky, dann hast jetzt erst mal ein bisschen Damage. Und dann... Schau mal. Ich werde dir leiden. Jetzt geht's. Janger ein ganzes Gefühl, aber der Naso ist oben. Johnny, ich brauch, ich brauch die. Alter, die kleinen brauchen nicht mehr. Den Großen musst du ihn lassen, aber die kleinen kann ja nicht auch Johnny nehmen, weil die geben. Ja, der haut er den kleinen absichtlich. Passt. Ich stelle mich da gleich hin und warte, bis du respawn, ey. Ich stelle das auf der Lane fahren, die wir auch grad schön lassen. Ja, aber das ist ein bisschen gefährlicher. Ich kischi, kischi, koree, noch klein. Ich mag ja schon von dem Möhre hier Sachen tun. Ja, ein Böses. Böses im Busch. Der Tower ist dauernder, den können wir eh nicht halten auf Dauer gehen. Ja, der hat ja noch gar nicht so... Hey, ich hab' mich gewöhnt. Erfreulich. Nein, ich werde dir leiden. Hm. Ich zieh mich mal über den Nasos da rüber. Stark essen, die am F, die Wackert hier. Hm, geht so. Ich rieche dir so. Das macht gleich Brut oder so. Ja. Ich würde sagen, die Ulti hat er verschwendet. Hui. Auf und Weise, Leute. Oh, bei wem kommt denn jetzt immer das Pfeifen? Oh, scheiße. Ausschalten. Ähm. Äh, hier sind gar nicht mehr viele. Jonny, kannst du hochkommen? Ja. Hm, es könnte leicht doof enden für uns. Wegrennen, den Tower kann man vergessen. Vorsicht. Was? Alle weg. Alle SS. Alle. Okay. Alle. Nicht wie Neo Baron. Nee, machen sie nicht schön. Und stehen alle. Wir hatten den Tum zerstört, Nocturne. Ja. Sauber. Sehr gute Fahrt mit einer Dachsitzung. Alles tot. Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein kleiner Pfeifen. Ich brauche mal einen Negatron-Mann. Mal pisst du an die blöde Echse. Nein. Oh Gott, ich... Nein. Aber wahrscheinlich ist Leona Solo Top auch deshalb beschissen, weil ihre Pässe fällt darauf geht, dass ein Verbündeter nochmal hittet. Aber das geht doch mit, wenn sie selber hittet, geht das doch auch, oder? Nee. Nee. Verbündete Champions. Und muss es ein Hit sein, oder kann es auch Spells sein? Ich weiß nicht. Da steht bloß Treffen. Ich weiß aber, ich hab's schon... Habe ja Leona schon mal gespielt. Es geht bloß auf... Auf jeden Fall geht's bloß mit Verbündeten. Ich hab's nie selber geschafft, das Teil auszulösen. Aber ich weiß nicht, ob es mit Spells oder nur mit Auto-Hulls auch geht. Und was macht das dann irgendwie... Wie war Lux-Bonus-Schaden? 100-5-20-Schaden. Okay. Okay. Also auf Level 15, das gibt es nicht, glaube ich. Wir sollten auch in den Tower treffen. Auf Level 16 bestimmt nochmal höher. Scheiße. Ja, ich hab gar keine Lust mehr, den Tower zu machen plötzlich. Scheiße. Oh, ihre Befehle erlüten mich! Oh, das Pfeifen wird langsam immer lauter und immer nerviger. Mach dich mal weg da Benni. Genau, wir hatten gerade was umgeschmissen. Ist das Paul, der in die Zuhör? Ich hab nen Fenster zugemacht. Ja, irgendeinen Gong hat's grad gegeben. Bei dir ist das Pfeifen, glaube ich, immer. das ist ein Pfeifen keine Ahnung hört sich schlimm an Boah ja ja, Wick hat mich gefunden ich mach mal ein bisschen leiser Magst du hier nicht die grauen Geister machen, Greg? Kann ich machen ja, das sind alles halt Stacks, die sonst nix bringen oh ja oh, lass mich noch mal hauen, dann ist der Tod so, ne, ich hab das schon voll abgetimt hier wie hoch ist denn die CD von Coup? mittlerweile noch 2,44 Sekunden 150 Decks und 250 Decks bringt wieviel Schaden dazu? nein, also ich hab 155, 150 AD, äh, AP dazu durch den... durchsteht den... nicht schlecht naja, wenn du den gut Decks zählst ich rieche den Tod ja, das Early Game ist halt nicht so lange der Victor nerven kann naja, wenn er es halt richtig macht dann kann er sich auch noch danach auf Distanz halten, aber... ja, aber irgendwie kommt man dann immer noch dazu es dauert bloß... es ist halt bloß zu fragen wie lange es dauert, bis man mit Vega im Spiel ist ja, ja, gerade so später in den Teampfalz wenn er eh alles unübersichtlich ist so um 1 gegen 1 auch verlehen geht er, denke ich, noch eher na, aber dann später in den Teampfalz wenn der Vega sich ja drauf konzentriert den Victor zu plätten und und... Victor irgendwie bloß seine Wolke reinhauen will möglichst effektiv Mann, das sind nur irgendwo, wo irgendwelche Creeps die man kriegen kann bevor jetzt komm ja, welche, oder? die Geist ist da ja, oder? kann ich gleich machen mach mal nicht so die... also wenn du dir keine Lastes machen willst dann... dann haut die mal mit doch nicht also sterben sie so früh als nächstes Jahr war... na, die... war mal der Fett, aber... aber ich... im Endeffekt hässlich ne, weil... es ist eigentlich so, dass die Vorderen immer oder oder unserer Hau und die Vorderen immer ziemlich gut runter an der Zeit mache ich auch die Hintergrund hat so hier und dann... dann bekomme ich die Vorderung auch mal zwischendlich ja, ihr hättest vielleicht sogar auch beide kriegen können aber er hat schon recht, dass sie so vielleicht nicht hauen das muss den Dingen mit mehr Leben erst die Finishing dann auch den Tischen aber er ist auch wurschtig Wettbewerbskriegsen das ist nicht so sinnvoll da hast du recht, aber andererseits wäre ich auch gerne tanken Alter, ich hab gar kein Spell mehr genommen ich hab den R noch gedrückt total voll der ist in der heftigste von denen jetzt oh, den kriegt er noch der grült jetzt zu sehr in Tower Range ja ja ja, der ist der Blatt und das noch so, was war er denn war von einem Schild geklickt ich hätte noch meinen Mannen ins Rennen und so blöd war der Tausch hier noch ein Glück ja, wenn du kommt rein und das ist 20 Sekunden ich bin wenn du musst, bist vielleicht schnell gegangen weil ich bin erster, oder ah nee, du bist vor mir nee, ich bin vor dir oh, wir haben ein Glück, alter die ich locker ein Tor mitnehmen können aber locker ja, und dann wäre sie danach ein Fight verwickelt worden aber ich bin dann wieder da und dann bist du wieder da und dann sind sie zu zweit und bis jetzt hätten sie zumindest die Tor aber gut, vielleicht hätten sie ihn nicht geschafft, aber die hätten ihn zumindest heftig angefreckt aber das ist vielleicht krass das dauert eine Weile oh, der war seit Stubb zu früh ich bin immer noch erst level 14, ich kann jangeln und jangeln und das klappt einfach nicht ja, da ist ein Wort, 25 Gold für den Mats nee darf ich auch, oder? mach die vorderen, mach dir ein Supermenion das ist nur eine kurze Länge okay, für die Mats ja, hier bekomme ich auch noch Erfahrung ja, ich eile ich auch da war ein Crit von dir, oder? ja, dankeschön oh, der Nasus kriebt dann das unendliche ja, der ist eh schon super heftig, das ist gleich werdet ihr leiden der hat nicht mal so viele und sagt, guck mal, Kellen hat 281, der hat ein 218 aber der ist einfach mal ein Asus bisschen Erfahrung könnte ich brauchen ich würde auf den großen Keimkrieg machen nicht? ich könnte weh machen Level Up ich rieche den Tod ach, Drachen naja, ich bin aber der Q ist auch sowas wie ein Smite, oder? naja, aber mittlerweile ja oh man kann doch von hier irgendwie direkt da oh, ich hab ihn geautetet nein, das war eine schlechte ich will dich hinten laufen nur eine kurze Strecke, aber ein kleiner Witz hm, me pain warum laufe ich? ah, Gott ah, sorry weg ich hab nur die Ulti rausgedonnert, ich weiss nicht wem ach, schön, dass ich hinten gelaufen bin Oben ist Fahnenfest. Vielleicht hätte er den Asus abbekommen. Wäre ich dreist kennen das am Ende. Mal schauen. Hätten wir nicht irgendwie anders opfangen können hier. Nocton zum Beispiel. Ich hätte mich nicht opfangen können, das wäre ganz simpel gewesen. Aber da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Oh, wir opfangen gerade kennen. Jax, falls du es noch schaffst. Der Gegner hat einen Turm gespielt. Machen wir echt spät, ey. Man, teilt mich nicht an. Kann man töten? Good job, aber die Pusse leider hat den Tower. Aber jetzt sind wir 5 gegen 4 und deren Dicks da ist raus. Wollen wir? Ja, töten, töten, töten. Docton, bist du da? Ich bin immer da. Ich bin respawner. Ah, jetzt nicht so schnell weg. Nein, ich hätte wieder drauf springen können. Ich habe nur die Mindest gemacht. Du bist einfach rufen und ich bin da. Ich bin da. Ich bin da aber nicht. Nein, ich hätte denken müssen. Ich wollte mich. Ich muss hier sein. Dann habe ich gedacht, warte auf den. Das sind so viele Spiele. Tut mir leid. Ich bin ja nicht mehr. Naja, mal gucken. Aber ich habe mich nicht vorstellt, dass sie ohne Wawik anfangen. Äh, die machen sie auch nicht. Aber die hat ja keinen mehr der Tänke gefunden. Äh, Wawik war doch da. Na, was? Woraus. Ja. Ja, aber der war noch nicht da. Den habe ich gerade eben hier nur wegrennen sehen. Ach so, na gut. Boah, es ist hier ein Opferfest. Nein, haut mich nicht. Ich will nur das ein oder aus smaken. Nur ein. Kannst du einen raus smaken, ohne zu sterben? Wenn eine alleine rumläuft. Haha, sehr gut. Vermöbel Minions. Eigentlich sieht Leona so aus, als würde sie übelst viel Damage machen. Mit dem Schwert irgendwie so. Ich weiß nicht. Da. Aber... Vielleicht sollte ich mal Adelio spielen. Das ist nett bei mir. 1A kriegst du gut hin heute. Ich sehe da keinen... Ich hätte gar keinen Sinn mit meinen. Ich wollte nur, dass du... ...decken kannst. Ja, ich stehe da... Mann. Ich stehe da noch nicht damit ich mich... Ich stehe da damit ich AP kriege. Ich stehe da nicht damit ich hier irgendwie... ...ein Power dafür. Power ist mir fast egal. Aber schön, dass du mich gerettet hast. Von den bösen Minions. So war das nicht gemeint. Da sind die Bösen. Ich habe da den Bösen gesehen. Den bösen Nasus. Den Hund. Wer sind sie alle damit? Ich habe als Frosthammer. Ja, ich habe gesagt, soll ich mich nicht die zu engagieren, weil... ... ich wette, dass wir den Teamfeld verlieren. Ja, er hat doch nicht noch gar nicht da. Soll ich dann kommen? Ne, ich meine, auch generell so. Auch eben und voll... Ich glaube, der Nasus ist engagiert. Das ist schon ziemlich schön. Ach, sie befehle ermüden mich! Oh, Schweinebark nicht weiter warten! Schweinebark nicht weiter warten! Nein! Nein! Komm schon! Matze muss retten! Matze muss sein Carry retten! Hallo auf mich, Freunde! Ich bin der Böse! Was was noch hier? Ne, guck mal, guck mal! Die Zyra lässt sich zu mir! Ja, guck mal weiter! Ich will doch nur einen abfangen! Ich krieg keinen ab! Ich glaube, keiner will sich abfangen lassen. Voll unfair! Machen wir, Baron! Kann man nix machen! Das feiert sich viel... 54 Prozent! Tschüss, Baron! Fails, Maid! Freunde, der Sonne! Äh, Kevin! Ah, see! Ich würde mal gerne Nasha SkyD wissen! Naja, er stirbt meistens so, ich würde mal schätzen, im Schnitt zweimal pro Game! Ne, ich meine auch seine Kills! Naja, mein ich ja! Und dann killen vielleicht jedes... keine Ahnung, jedes zehnte Game stirbt mal einer dran oder so! Ja! Ja! Nein, nicht den Tower! Ey, das macht damage! Puh! Das ist nice! Der ist raus! Wollen wir? Ja, ich hab grad noch CD auf meinen... Stun! Aber jetzt, jetzt kannst du! Ach, scheiße! Ja, scheiße, wer? Kuh! Kuh, Kuh, weg! Oh, Gott! auch der ist über die Hälfte mein Engage war ziemlich viel das hat trotzdem geklappt sieben auch wie die ganze ich kann es gerne noch mal machen mit dem Namen jedes Mal das ist nicht so so seltsam ist es aber ich glaube das ist das sinnvollste wenn er den aus 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 dem Teil mit einer Kombi er wird einfach der der meisten Schaden macht so was auch nicht er hat noch auch mal drachen war er vor allem weil ich keinen anderen Seelen gut kennen noch aber die machen einfach mal wieder jetzt noch 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 für irgendwelchen der mitsch so ist es nicht so wenn da nicht einfach nur nicht angegriffen der Schaden machen schon bis also ich bin dafür dass die Ideen raushaut und das dann der Landkreis Friede Freude Eierkuchen auch die Haut Nasus raus die haben auch gerade sogar ein Nächteeberfahrt ja ja gut die hat sich ein Spiel gebracht die haben mich wirklich gefeiert und sie sind ja weggerannt ja also Drachen? ja groß was drauf einbilden sollten wir uns nicht wenn die wieder ein richtig gutes Positioning haben mit den Nasus dann ist es vorbei ja und zu einem riesen Teamfight den Nasus also also der 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 hinter ist dann den Nasus zu filmen bevor er irgendwie in Fightern geht wenn man da sieht hey ich hab nicht mehr so viel Leben ich hab eigentlich kein Bock um zu sterben also im Fall ist es dann auch schwerer um dann alle gleichzeitig zu klicken und dass es funktioniert ja ach so will ja obwohl das... ne das war gar nicht gemeint obwohl meine Dings auch äh tausend einig mal sonst verschossen scheiße ja du bist sicher ich bin hm hm ich hab mich in Ordnung alles ist super Hast du auch die Ulti benutzt oder? ich würd gern wenigstens ein bisschen Wurz haben ich sterbe ich dabei aber dann war es schon jeden ein Zweck Alter ne wassatz doch... untergehen da haben wir weil er haben wir nach unten wir wissen ich will in den Städten wenn wir können wird er draußen machen stattkommt springt was an es ist der Zeit hat man cool verbracht es wird laut wird Killsdorf was ist ein ganzes aber ich habe es mittlerweile 213 AP durch das lohnt sich schon aber 1000 habe ich noch nicht was macht der Dinger 57 oder 820 und 750 Prozent sieht man das Fall aber ich habe auch Lernstab also da also theoretisch kannst du den Weger so hoch pushen dass er 100 Prozent zieht ja eigentlich ja wenn du an es ist einfach mal naja gut du musst du gucken wie man die Art und man die kann es sein dass dieser Account auch über 100 ja klar da kommen ja immer ein Festwert aber ab mal so viel AP ja die wahrscheinlich sein aber nicht mehr wochenlang dürfen wochen die Becken und dann alle Reizung allein an anderen und er kann vielleicht auch kein Flächen der Stolz von der Stolz ich bin gleich tot er hat erledigt einen Rennen Ehege Ehege ja ich kann man nicht weg weil der Stadt der Haare und auswählen und hergehend der Städte auch immer recht zu nehmen statt er und das hat mich geblockt und dann ist er es wird Eikon aber jetzt ist der Plan nicht auch er kann ich mir aufgeben ich habe übrigens das was ihm fehlt das was ihm fehlt ist das Fall nicht nein den Nasus der Wichter fehlt übrigens kein Leben das ist auch gefallen dass ich habe verstanden das sind die empfiehlt ist das so auch reisen können er ja ja ich verstehe das war ein Tor bei der Zulung das war was unter unseren beiden Tauern der 27 also auf die Missforschen zu gehen wenn die und anfang mit Tauern zu kloppen mh 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 ja ich habe ein Leben kann ich gewöhnen das ist ein Dach und werden das ist das nicht gereicht Prozent scheiße dann das war erst dann von Victor Matze das war zu Portikor hätten doch tauschen soll das Support Syrah ist jetzt nicht das Ding also ich will nicht hatten und so zu tragen ein Portikor wirklich lustig oder weil der Stand ist ja so giesig weit in den Betten kann. Eben habt ihr meine tolle Idee noch fertig gemacht, ja, Support Victor. Aber ich weiß nicht, ob es das bringt, ich glaube, Victor ist als AP am besten aufgehoben. Ja. Oder als Adi. Sange. Adi, Victor. Na gut, ich glaube, ich habe auch noch die Idee. Jange Victor funktioniert. Ich glaube, ich mache mal aus meiner Gigabyte zu verschwinden, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal.